Und Hannah sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Caipas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm. Er leugnete aber und sprach, Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priester Knecht einer, Ein gefreundetes, den Petrus das Ohr abgehauen hatte, Sah ich dich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus aber mal und allsobald krärte der Haar. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus Und weinete bitterlich Und weinete bitterlich. Und weinetebte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Untertitelung des ZDF, 2020